Beurteilung und Prognose Schwerste Adaptionsstörungen Überhöhte Resistenz des Triebapparates gegen Sublimierung und Triebverzicht McPherson-Millersches Syndrom Kübel Nichts ist in Stein gemeißelt Alles bewegt sich Machtstrukturen können verändern Und verändert werden Weil Menschen entwicklungsfähig sind Tschüss Ich hoffe, du hast bemerkt, dass ich in den letzten Jahren nicht gebraucht habe Seitdem stand auch nie wieder jemand vor meinem Bett, wenn ich mit meinem Freund drin lag und war sauer Ja hör mal, ich war sauer, weil er zwei Stunden vorher mit mir in deinem Bett lag Na und? Ich denke, hier in Amerika sind wir in den letzten Jahren geplant, um Labels zu stellen und in black-and-white-terms zu denken. Ula hat mich auf so viele Dinge geöffnet. Ich meine, eine von ihrer großen Fragen ist, aber warum? Ich sage etwas und werde so sicher sein, und sie sagt, warum? Warum muss das so sein, warum? Warum muss das so sein, warum? Und so, sie hat mich zu denken, um Dinge zu denken. Und ich denke, das ist eine der wichtigsten Dinge, wenn es zu filmen ist, um zu denken, was du machst. Jeder Kompromiss, der darin besteht, dass ich mein unabhängiges Denken in den Dienst von etwas stelle, was ich nicht wirklich vertrete, macht mich schwach. Je mehr Menschen Bildung erfahren dürfen, desto mehr können sie erfahren, dass niemand ihnen Feind ist, wenn sie eine andere Meinung entwickeln. Es ist mehr so, dass man sich selbst befinden und Dinge befinden, wie sie sind und sie akzeptieren, ich denke, in einem liebenden Weg, die Good und die Bad. Andere Meinungen zu bestehenden Meinungen zu entwickeln, ist aber eine Voraussetzung für eine Demokratie und auch für undogmatisches Verhalten und die Fähigkeit, anderen Leuten zuzuhören, die nicht meiner Meinung unbedingt sein müssen. Je mehr ich mich darauf einlassen kann, desto mehr können sich Machtverhältnisse ausbalancieren. Liebst du ihn eigentlich, Stefanie? Würdest du ihn heiraten? Ach, Ahnung. Ich kann darüber nichts sagen. Ich finde, Scheidung ist überhaupt keine Lösung und übrigens heiratet auch nicht. Wenn man mal rausgefunden hat im Leben, wo man sich gerne einmischen würde und was man gerne sagen würde und wenn man die Form gefunden hat, sein Medium gefunden hat, dem man es gerne sagen möchte, dann darf man das auch nie wieder aus dem Auge verlieren. In ihren eigenen Filmen hat sie einen sehr unikeren Stil und ich denke, wir sind sehr glücklich, dass wir sie hier am UCF studieren und uns alternativen Möglichkeiten zeigen, um Filme zu machen, direkt zu filmen und einfach zu verstehen, in generell zu verstehen. Und du setzt dich mitten in alle Fettnäpfchen und wunderst dich. Aber ich kann doch nicht still zusehen, wie Medikamente verkauft werden, die uns schaden, dass Operationen stattfinden, die ganz unnötig sind und mich schließlich auch noch bezahlen lassen dafür, dass ich nichts weiß und nichts sehe. Ja, also es ist nicht so, dass ich mal einen Moment lang sagen kann, ach jetzt vergesse ich mal, dass ich eigentlich was ganz anderes denke und eine ganz andere Meinung habe, weil ich muss ja Geld verdienen. Es ist einfach so, man kann nicht so tun, als ob man denkt, sondern man tut es wirklich und man kann die Fähigkeit verlieren, einen scharfen Blick zu haben, nämlich dann, wenn man ihn sich abkaufen lässt. Das ist tragisch, gell? Oh nein! 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 Vielen Dank.